Und als zweites der Viano Marderschreck. Dieser Marderschreck ist ein Gerät, mit dem du neben Madern auch Wiesel, Ratten und Mäuse verscheuchen kannst. Den Strom bezieht dieser Marderschreck über einen 230 Volt Netzstecker. Den Stromverbrauch beziffert der Hersteller mit 35 mAh. Der Ultraschall-Emissionswinkel liegt bei bis zu 120 Grad. Du kannst dieses Modell bei einer Betriebstemperatur von minus 30 bis plus 70 Grad Celsius nutzen. Dieser Marderschreck hat zwei Summe und eine LED. Die Ultraschallgeräusche sollen zusammen mit den kräftigen Blitzen die hartnäckigsten Schädlinge vertreiben. Die Ultraschallreichweite soll bei diesem Gerät bei bis zu 200 Metern liegen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.